hey leute und willkommen zur nächsten folge von minecraft mirror heute seht ihr den neuen fortschritt den wir jetzt gemacht haben ich werde jetzt ab sofort immer jeden tag zwei videos hochladen von diesem projekt solange wir halt leben das dann immer ein bisschen verzögert aber dann hat immer zwei videos pro tag die dann so 15 minuten gehen oder so immer so 1 um 12 und 1 um 15 uhr versuche ich hinzukriegen falls nicht klappt seid nicht böse ja aber wenn es euch der kanal gefällt dann das gerne like oder ja schaut auch gerne so ein disco zu vorbei wenn ihr lust dazu hat es mich auch freuen und dann geht es jetzt los mit dem video viel spaß ich glaube ich habe dann aber ich bin mir nicht sicher ich denke nicht ich denke auch dass jeder das ist entweder nicht halt nur verwirrt ich habe vorsichtig sein oder ja ich denke ja auch die ganze zeit ist ja ok ich bin ich auch mal er hat wieder gelaght warum schreiben warum schreiben die dann lag halt egal immer sind so die leute die immer lag schreiben ja ich komme auch mal bald sind wir unten bald sind wir unten was bin ich dran ähm ich bin für drei und ja wir kommen dem ziel näher ähm wir kommen dem ziel nicht näher aber wir sind glaube ich wieder in der alten höhle ok ein creeper wir könnten auch etwas ähm ok ok was dass du ja ja hier sind creeper explodiert aber nichts schlimmes hier ist ein baby zombie wie weg oha hast du schon mal geschafft dass baby zum wieder kein hit gegeben hat nope nope ich auch noch nicht dieser bastel aber krass schon aber krass schon ja in der höhe ich bin im still alive wo bin ich ok keiner ist hinter mir also ich hab mal ein bisschen gecheckt ok da seh ich niemanden da seh ich niemanden da auch nicht da auch nicht aber das geil ist hier ist wirklich an maske weißt du ob der spawn null war weißt du ob der spawn null war keine ahnung ok schade hätten wir einfach zum spawn gehen können äh hätten wir dann eigentlich einfach das schwein umgebracht so wo bist du hingegangen äh ich bin bei den bäumen rechts ja wo bist du jetzt ja 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 dann lass mal ein paar äh schweine nehmen schweine was du ruhig bin hol doch mal kür und so also wenn wir space sehen lauf einfach dorthin wo wir gerade eben waren ok oder wenn wir irgendwelche gegner sind müssen wir einfach das loch suchen dort zu da wollen wir einfach zusammen bleiben ja ok wo bist du trat beim loch ja ok gerade ich bring nochmal ein paar schafen hey hier sind berge wie geil wo bist du trat ja ja ganz in der nähe vom loch da aber ich würde echt nach dias nochmal suchen ok redshadowhost noch ein diskonnect ich habe aber noch mega viel platz ich werfe mal ein paar sachen raus ok redshadowhost noch ein bisschen ich habe aber noch mega viel platz ich werfe mal ein paar sachen raus ok mhm redstone brauche ich nicht leder könnten wir vielleicht noch gebrauchen wolle brauchen wir auch nicht feder nicht das auch nicht ich mache so ein loch wo das alles reinfällt so warte und jetzt komm rein ins loch wo ja hier oder dann baue ich wieder zu danach mhm das ist gut so und jetzt unser wir brauchen mehr dias hm wir brauchen definitiv mehr dias hm wir brauchen definitiv mehr dias ja so augenkrebs wenn man die runterdrückt ja da ab hier ist ein kriter hier sind zwei kriter gewinnt und drei so hier ist ein dritter creeper hier ist ein vierter creeper ab den einen so waren beide ich stelle mal die öfen auf ja ich kann auch noch mal ein bisschen daran und werden das ganze zeug durchschmelzt dann wollen wir wieder beide in verschiedene richtungen strip meinen das war dumm von uns dass wir die spitzsacke gemacht haben wir können einfach von hier gucken ob da jemand kommt indem wir einfach einfach strip meinst du erst wieder ein zombie ist auch strip meinen dann ist die chance für die erst doppelt so hoch ja ok warte ich muss kurz ein paar zombies kennen RUMBO CAMBO ich mache das sind die aus ich bin auf der höhe oder nein ich habe gerade gedacht die aus oder sind hier die aus bitte sagt hier sind die aus in der höhle keine die aus hier ist nichts hier ist lapis ich nehme mich aber auch mit lapis ist wichtig später zu meinen schaden noch lol beide sind gelieft nice schau mal schau mal auf das stealer board schau mal wer jetzt erster ist sind beide raus ich glaube also die ich glaube die haben keinen strike kassiert ok also ich glaube nicht unbedingt dass die einen strike kassiert haben aber könnte aber auch sein ähm weil sie wurden gerade von red shadow ähm rausgeworfen ok es könnte sein dass sie was verbotenes gemacht haben aber ich denke nicht wir haben noch 17 minuten wir haben einen kleinen loot tun du am besten auch die ganze zeit strip meinen noch ja ok ich mache das dann gegen den tüchter nein ich habe noch ein stack holz wir sind also mega gut 1 2 3 3 am besten wäre es auch wenn wir verschiedene zeiten machen damit die leute nicht immer wissen dass wir ähm immer ja ja damit wir halt eben nicht so wissen dass wir immer an ja dann sind wir schon raus dann haben wir es geschafft eine stelle eine stelle eine stelle auch kommt zurück ähm nein ich habe schon etwas okay es reicht nicht okay gut haben wir noch crafting table so ja crafting table habe ich gut so dann mache ich mal noch eine eisenspitzsacke ja mach ich mir mach ich mir ach das war notwendig dass wir mal kurz an die oberfläche gegangen sind ja jetzt haben wir genügend essen also holz dann ist das mega gut ähm und wir brauchen zwei ofen immer weil es ist ganz so standard ist du dann noch ein bisschen kohle rein mach ich hier das okay ich mach schon mal ein bisschen weiter ja ich geh einfach mal hier so in die andere richtung nochmals trip mein ich habe die ganze zeit angst dass mein aufnahmeprogramm nicht aufnimmt warte was ich habe die ganze zeit angst dass mein aufnahmeprogramm nicht aufnimmt nein ich darf nicht das nicht und zwar äh ich glaube die haben etwas eingestellt man kann keine lava einmal benutzen aber wir müssen noch wir holen ich holen da ich habe ja die aus spitzsacke war eigentlich ja doch nicht umsonst weil wir den in den schaden feld direkt kann ich da ob ihr holen an der stelle wo wir grad waren mhm 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 hier einen kurzen cut wie es weiter geht sieht in der nächsten folge das gerne like oder aber da und dann ja